Willkommen zu einem weiteren Part Pokémon Competitive Showtime Heute mit Arcani als Vorschlag vom Niemenskillshot Und dann werden wir auch direkt mal Arcanine auf Englisch eingeben Und zwar ist der Vorschlag erst für ein paar Tage reingegangen Aber ich finde Arcani einfach so ein cooles Pokémon Einer meiner Lieblings Pokémon Und deswegen wollte ich das unbedingt hier mit reinnehmen Und andere Vorschläge kommen natürlich auch noch Aber ich hatte jetzt gerade total Bock auf dieses Pokémon Und deswegen, ja Ja, genau, würde ich sagen, gehen wir direkt zum ersten Set Ich habe mal wieder zwei Sets für euch Zwei sehr schöne Sets, wie ich finde Und zwar haben wir da einmal ein offensives und einmal ein defensives Set sogar Was für Arcani ein bisschen untypisch ist bei seinen Werten Wir schauen uns jetzt erstmal die Werte an Dann können wir mal begutachten, was man da so machen könnte Und zwar haben wir einen Base HP Wert von 90 Einen Angriffswert von 110 Einen defensiven sowie Spezialdefensiven Wert von 80 Einen Spezialoffensiven Wert von 100 Und eine Initiative von, ja, soliden 95 Alles recht gute Werte, recht solide Sind okay Und dann haben wir auch noch drei Fähigkeiten Und zwar haben wir einmal Bedroher, Intimidate, Flashfire Also Feuerfänger und Justified Und der Name fällt mir gar nicht ein Für dieses Set können wir hier Bedroher oder Feuerfänger nehmen Einmal Bedroher würde den Angriffswert des Gegners um eine Stufe beim Einwechseln sinken Und der Feuerfänger boostet unseren Feuerattacken Wenn wir selber von einer Feuerattacke angegriffen wurden Das ist recht gut, wenn man ein Eis-Pokémon hat Und man weiß, dass man von einer Feuerattacke angegriffen wird Und dann kann man einfach Arcani rein switchen Und dann einen Boost in seinen Feuerattacken bekommen Und an dieser Stelle, weil es ein offensives Set ist Bin ich hier für Flashfire Bedroher kann man auch nutzen Aber ich finde Feuerfänger jetzt doch ein bisschen passender Und bevor wir jetzt direkt zu den Moves gehen Gehe ich jetzt erstmal zum Item Und zwar nehmen wir da mal wieder ein Lebensorb Also ein Life Orb Natürlich ist alles in der Videobeschreibung auch zu finden Alles nochmal niedergeschrieben Und ja, es ist halt ein offensives Set Und tut mir leid Deswegen ist das Ja, ich hab ein bisschen Stuck auf Dem Fall Deswegen ist das letztendlich Recht gut, wenn man ein Lebenorb auch darauf spielt Weil na gut Ja, also ihr kennt das ja Offensives Set sind recht gut Immer mit Lebenorb oder Wahlband oder Wahl Anderes Wahlitems Ist ja auch egal Auf jeden Fall spielen wir es hier mit Lebenorb Und auch direkt zu den Werten Und zwar werden wir 252 EVs in die Äh, physische Offensive Sowie 252 EVs in die Initiative packen Und da haben wir wieder 4 EVs Die wir in, ja, KP Oder Defensive packen könnten Ich mach's jetzt in KP Man kann natürlich auch immer ein bisschen rumspielen Mit den, äh, Angriffs Und den, äh, Werten Man könnte natürlich auch Hier zum Beispiel Spezialdefensive boosten Oder so Das ist jetzt gerade Also nur, dass ihr nicht immer denkt Man muss immer 252 reintun Man kann das auch variieren In den einzelnen Werten Aber ich finde in letzter Zeit Also die, die ich jetzt nicht vorgestellt habe Passt das recht gut Und deswegen mach ich das auch so Und ja, dann kommen wir auch direkt zum Wesen Da können wir entweder ein hartes Wesen nehmen Was den Angriff boosten würde Aber dadurch, dass unsere Base-Initiative Nicht so hoch ist Werde ich lieber unsere Initiative boosten Mit einem frohen Wesen Äh, also Speed-Initiative hoch Und Spezialangriff runter Den wir natürlich nicht brauchen Und dann kommen wir auch direkt zu den Moves Denn da haben wir auch verschiedene Moves zur Auswahl Zuallererst nehmen wir einen Step-Move Und zwar haben wir da den Flammenblitz zur Auswahl Was eine sehr starke Attacke ist Und zwar Macht das 33% Rückstoßschaden Was dann der einzige Nachteil in dieser Attacke ist Aber dennoch ist es sehr, sehr stark Und kann ruhig viel Schaden machen Mit einem Leben-Orb Und dann noch Feuer Äh, vielleicht sogar Flash-Fire Und mit dem, äh, Feuer-Step Das macht ziemlich viel Schaden Kann man schon so behaupten Dann als nächstes nehmen wir als weiteren Move Den, äh, Close Combat Sehen wir auch direkt hier Und zwar ist das ein Kampf-Move Kein Step drauf Aber dennoch ziemlich stark Und damit würden wir dann rein theoretisch Die Defensive sowie die Spezialdefensive von uns selber Ja Eine Stufe runter bekommen Wenn wir es benutzen Aber dennoch ist es eine recht gute Attacke Man muss halt mit den Risiken auch, ja, klarkommen Und dadurch, dass Priorität auf einem Pokémon Auch immer sehr schön ist Also Priorität, wer das nicht kennt Das ist letztendlich, ähm Was sollten die meisten kennen Ich sag's trotzdem nochmal lieber zur Sicherheit Und zwar Wenn man einen Prioritäts-Move einsetzt Wie Ruckzuck-Keep Hat man plus 1 Priorität Das heißt Man ist letztendlich, äh, immer schneller Also mit der Attacke Selbst wenn die Initiative viel höher ist Oder man einen Warschall trägt Ein Prioritäts-Move Greift immer zuerst an Außer der Gegner setzt auch einen Prioritäts-Move ein Da basiert es dann auf der Initiative Auf jeden Fall haben wir da einen sehr starken Prioritäts-Move Für Arcani Und zwar ist das der, äh, das Turbo-Tempo Mit einer Base-Power von 80 Äh, und das ist sehr, sehr schön Extreme-Speed Hat glaube ich sogar Ich bin mir jetzt gerade ein bisschen unsicher Aber ich glaube Es hat sogar eine, äh, Priorität von Plus 2 Aber lagert mich nicht drauf fest Es kann auch plus 1 sein Ihr könnt ja immer gerne selber nachschauen Turbo-Tempo auf Deutsch Und dann können wir noch einen vierten Move nehmen Da haben wir hier verschiedene Sachen zur Auswahl Also wir können natürlich einen physischen Move nehmen Und da gibt es dann wirklich verschiedene Sachen Bodyslam würde ich jetzt, äh, an sich nicht empfehlen Man kann einfach mal ein bisschen runterscrollen Äh, man kann auch einen Heilungs-Move nehmen Aber das werden wir gleich mal für was anderes nutzen Äh, an dieser Stelle, äh, werde ich einfach mal einen Crunch nehmen Und zwar, äh, ja Werde ich einen Crunch nehmen Weil Crunch ist ziemlich stark Und hat auch noch eine schöne Nebenbei-Effekt Sag ich mal Und zwar kann es den, um 20% die Defensive des Gegners Ja, ein niedriger machen Und ein recht guter Nebenbei-Effekt Und deswegen würde ich sagen Das ist eigentlich auch schon das Set Für das erste Akani Machen wir direkt das zweite Akani fertig Das wäre dann wieder Arcanine auf Englisch Und diesmal werden wir eine andere Fähigkeit als sonst nehmen Nicht Feuerfänger Sondern diesmal wirklich Bedroher Denn wir machen es physisch-defensiv Das heißt, es wird eine defensive Wall Und wenn man letztendlich Akani in ein physisch-offensives Pokémon rein-switcht Was man dann auch wahrscheinlich macht Im Competitive-Bereich Wenn man es schon als Wall spielt Dann wird erstens der Angriff vom Gegner gesenkt Plus man hat dann halt auch noch hohe Defensive Womit das ziemlich gut wird Und wenn man sich mal seine defensiven Werte anguckt Sind jetzt nicht so besonders Aber dennoch kann man sehr viel rausholen Wenn man 252 EVs in die Verteidigung steckt So wie 252 EVs in den KP Und dann auch nochmal 4 in die Spezialdefensive Um ein bisschen was rausholen Ihr könnt auch so ein bisschen weniger in KP stecken Vielleicht 248 und dann 8 in die Spezialdefensive Damit man ein bisschen mehr was aushalten kann Was das angeht Aber dennoch, ja doch geht das schon An dieser Stelle Ich mach das mal mit 248 und 8 Und ich werde ein Plus Defensive Minus Spezialangriff Wesen nehmen Dadurch, dass letztendlich Ja, wir brauchen eine hohe Verteidigung Um auch wirklich gut als Wall agieren zu können Und deswegen machen wir so ein Wesen Und zwar Impulsch Ich weiß gerade leider nicht genau wie es auf Deutsch heißt Ich glaube locker Ich bin mir da aber nicht sicher Schaut einfach mal in die Videobeschreibung Und ja, dann kommen wir auch direkt zum Item Dadurch, dass es physisch defensiv ist Kann man da Oder im Allgemeinen eine Wall ist Kann man da die Leftovers nehmen Aber auch den Beulenhelm Ich bin an dieser Stelle auch Äh, eher für den Beulenhelm Ihr werdet auch gleich wissen wieso Und zwar Rocky Helmet auf Englisch Macht Schaden 1,6 der KP Wenn man, äh Angegriffen wird physisch Tut mir leid für den Huster Auf jeden Fall Äh, macht ja dadurch nochmal Schaden Dem Gegner Ist ziemlich gut Und dadurch, dass wir auch Ein Recovery Move haben Auf Arkani Und zwar ist das Die Morning Sun Ich weiß leider gerade nicht genau wie es auf Deutsch heißt Morgen Sonne glaube ich eher nicht Und, äh Das ist ein Move der Ein bisschen interessanter ist Denn wenn es regnet beispielsweise Macht es weniger An KP Ich glaube nur 25% Als wenn die Sonne beispielsweise scheint Und das ist ziemlich interessant Man muss also richtig spielen In der Sonne beispielsweise Kann man es sehr schön spielen Aber auch so Macht Morning Sun Soweit ich weiß 50% wieder An Health Äh Bringt es zurück Und das ist denke ich mal recht gut Deswegen brauchen wir auch nicht unbedingt die Leftovers Dann haben wir als nächsten Move Auch einen Move Um ein bisschen anzugreifen Und zwar ist das der Flare Blitz Also der Flammen Blitz Weil wir halt trotzdem ein bisschen Schaden machen wollen Dann können wir auch hier wieder Der Extreme Speed nehmen Um die Priorität zu haben Und dann einen Move Um ein bisschen die Stalling Taktik auszufahren So da gab es einen weiteren Schnitt Ich hoffe ihr merkt nicht die ganzen Schnitte In diesem Part Ich habe ein paar mehrere gesetzt Äh Ein paar Probleme gab es Ist ja auch nicht so wichtig Auf jeden Fall haben wir jetzt den nächsten Move Den Willow Wisp Könnten wir zum Beispiel nehmen Und zwar ist das das Irrlicht Äh Was den physischen Angreifer dann letztendlich verkrüppeln würde Was die physische Seite angeht Dadurch dass letztendlich wenn man verbrannt ist Man ja viel weniger Schaden macht Weil ich weiß nur noch die Hälfte Und dementsprechend ist das ziemlich gut Als physische Dephysisch defensive Wall Man kann aber auch Um noch mehr zu stallen In Verrühren Ja in Kombination mit Morning Sun Das Toxin nehmen Was dann ja pro Runde immer stärker und stärker wird Aber an dieser Stelle möchte ich dann doch lieber Auf Willow Wisp gehen Gefällt mir persönlich ein bisschen mehr auf dem Set Und ja das war es eigentlich auch schon zu dem Set Wir haben hier wieder mal schön zwei Sets kreiert Ich hoffe euch hat dieses Video gefallen Wie immer lasst mir Vorschläge in die Kommentare da Welches Pokémon ihr unbedingt sehen wollt Ich habe noch ein paar Vorschläge Also wenn euers nicht sofort dran kommt Bitte nicht wundern Und ja das war es dann zu den beiden Arcanis Link natürlich in der Videobeschreibung zu Dem Showdown Teambilder Und genauso Also wie man das halt so erstellen kann Und Pokémon Showdown Da kann man ein bisschen seine Teams austesten So wie Ja Weitere Informationen in der Videobeschreibung Also was für Sets da auf Deutsch sind Und Das und auf Deutsch sind Und so weiter und so fort Wir sehen uns dann im nächsten Video Ich hoffe euch hat dieses Video gefallen Wenn ja Könnt ihr gerne Kommentarschreiben Ihr könnt das ja Bis dann und ciao